Hi, ich bin Sascha von ErwinMoto und in dem Video zeige ich euch die originale Kawasaki-Fahrzeugmatte. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Fahrzeugmatte, die ist komplett gummiert und obendrauf ist Polyester. Könnt ihr im Rennsport-Einsatz benutzen oder aber auch privat zu Hause in der Garage. Hat natürlich zwei Vorteile. Zum einen ist es eine geile Optik, braucht nicht drüber reden, sieht einfach geil aus, wenn eure Cover da drauf steht. Auf der anderen Seite hat es Umweltschutzgründe, das heißt, wenn Öl aus dem Motor hinausläuft, fängt diese Matte Öl und Schmutz auf. Und ja, somit ist diese Matte auch den FIM-Richtlinien quasi zertifiziert. Das heißt, ihr dürft die voll im Cross-Rennsport einsetzen, im normalen Motorrad-Rennsport einsetzen. Dafür ist die Matte gedacht. Die Matte ist zwei Meter lang, ein Meter breit. Wir haben die auch von anderen Marken, KTM, Yamaha zum Beispiel. Da unterscheiden sich die Maße immer etwas, das sind meistens aber nur 10 Zentimeter und meistens liegen wir so bei einem Meter Breite, zwei Meter Länge. Also, die Matte geht jetzt bei uns im Online-Shop unter rvm-moto.de. Wenn ihr Fragen zu diesen Matten oder anderen Teilen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an service-rvm-moto.de. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch mal ein Like da. Abonniert unseren Kanal, nicht vergessen, kommen immer mehr Videos, auch für Kawasaki. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017